Hallo und herzlich willkommen im Autohaus Schill in Meißen-Abderode. Mein Name ist Armin Schill, ich bin Geschäftsführer und Inhaber vom Autohaus Schill. Und mein Name ist Thomas Schill, ich bin Kfz-Technikermeister und Werkstattleiter in unserem Autohaus. Wir bieten Ihnen Neu- und Gebrauchtwagen sowie Jahres- und Jungwagen der Marke Opel und Subaru mit den passenden Finanzierungs- und Versicherungsangeboten dazu. Unsere Werkstatt repariert Fahrzeuge aller Fabrikate und ist spezialisiert auf den Einbau von Autogasanlagen und auf die Restaurierung von Opel Jung und Oldtimer. Wir beschäftigen zurzeit neuen Mitarbeiter sowohl im Service als auch im Verkauf und der Verwaltung. Das Team vom Autohaus Schill freut sich auf Ihren Besuch. Das Handwerk steht für Qualität.